Ne, das will ich aber nochmal neu starten. Tut mir leid, liebe Leute, aber... So, die kommen direkt weg, weil... Äh... Die bringen einfach nix hier, die Hühner. So, das können wir auch mal aufstocken. Hey, ich hab doch, oder nicht? Ah, jetzt hab ich... So, du kommst weg, du kommst weg und du kommst weg. Das sind 5.000... Ist ja jetzt nicht so viel. Nein, meine Wolle. Nee, komm, ich muss das... Ich muss das machen. Sonst kommen wir hier auf keinen grünen Zweig hier. Dann haben wir schon mal... Boah. Die Milch. Äh, die Sahne. So. Dann können wir schon mal das machen. Butter. So, dann können wir wieder verkaufen. Nee, wir warten einmal ab, bis wir die Butter haben. Aber das gibt mir aber ein bisschen mehr Geld. Gut. So, jetzt aber. Na, 7.600. Ah. Ah. Naja. Die brauchen wir ja sowieso. Weißt du, da ist dann da so ein... Dinge, was du da anklicken kannst. Und dann kriegst du aber das völlig falsche hier. So, 10.000 und dann wird hier abgegradet. Das heißt aber auch, wir brauchen 20 Käse. Das sind schon mal 15 Enzyme. So. Und dann verkaufen wir gleich wieder was. Und dann können wir hier bitte mit dem Schaf anfangen. Das ist wichtig. So. Weg. Weg. 12.500. Davon können wir das hier freischalten. Damit wir schon mal Ballen machen können. So. 5 Enzyme müssen wir nochmal holen. Nein. Wir brauchen nur 5. noch. Damit wir da nicht gleich in Verzug kommen. So. Boah. Das war jetzt aber hier frech. Das habe ich nicht gesehen. oder zu spät gesehen. Das da. Äh. Wir schmeißen. Wir schmeißen die Milch aber auch überall hin, wa? So. Verkaufen. 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 5500. 5500. Das heißt schon mal Tücher. Und das ist ja schon so eingestellt. Das heißt, wir können auch schon mal Farbstoff kaufen jetzt. Ah. Nachdem ich natürlich hier die Milch eingesammelt habe. Das ist ja verständlich. So. Farbe. Zehn Stück. Dann brauchen wir nochmal 6. So. Ah. Ah. Dann können wir hiermit auch schon mal beginnen. Och nein, da ist ein Ding weggegangen. Eins an Farbbüttel ist weggegangen. Das ist schlecht. Das heißt, ich muss noch sieben kaufen anstatt sechs. Ja, das ist doof. Je nachdem, wie die das hier fallen lassen, sieht man das nicht. So, jetzt wüsste ich aber alle haben. So, sieben Käse haben wir erst. Dann würde ich sagen, ich stoffe das hier schon mal auf. Ich kann bisher nur immer Käse noch verkaufen. Mach mal. So. Bärchen sind keine gekommen. So. So. Perfekt. So, dann wird auch das noch ausgebaut. Und das kann ich jetzt leider nicht ausbauen. Weil ich keine Knäte dafür habe. Schade, dass ich die bunten Stoffe nicht verkaufen darf. Weil wir müssen das ja gleich noch umrüsten. So. Käse können wir verkaufen. Hier können wir auch mal was verkaufen. den Scheißbären. 35.000. Das ist wieder ein bisschen was. So. Das dürfte vielleicht ein bisschen besser sein jetzt. Wie viele Tücher haben wir denn schon? Sieben. so, dann machen wir das hier. Aber was ist denn jetzt schon wieder hier flöten gegangen? Da kriegst du doch echt die Pünkanellen hier. So, die Kühe sind wir auch gleich los. Perfekt. So, die Kühe können weg. Das kann weg. Das kann weg. 47.000. Ja, da werde ich ja wohl äh. Nein. Ich will dich nicht upgraden. So, noch upgraden werden ist das hier. So. So, 10 Tücher haben wir. Ich hab' aber das dumpfe Gefühl, dass ich nur einmal hier den holen muss. Und dann brauchen wir 16 hiervon. Irgendwie das dumpfe Gefühl, dass ich doch allzu wenig habe. Dass mir doch wieder irgendwie einer durch die Lappen gegangen ist. Ah ne, da kamen jetzt zwei raus. Okay. So, war ich jetzt hier überall hier, ja? 14 Tücher, dann sind das hoffentlich dann die die letzten. Farbentücher meine ich natürlich. so, wie viel haben wir? 15? Nein. Och. Oh, komm, mach schon. so. Dort können wir, ach ne, ja doch, komm. So, und diesmal will ich hoffen, dass, äh, alles gut geht. Nummer 1. Nummer 1. Zwei Minuten haben wir noch. Zwei Minuten ist nicht viel. Das kann man verkaufen, das kann man verkaufen, das kann man verkaufen. 106.000. Oh, schon 5. Oh, schon 5. nütz. So, nochmal verkaufen. 136.000. Oh, wir müssen noch so viel Kohle bekommen. Und dann natürlich noch, äh, boah. Sechs Stück noch, wir haben nur noch eine Minute. Nicht mal mehr. Boah, drei Stück. Drei Stück noch. Ach, müsste er jetzt dazwischen kommen. Sie stört nur. Bitte drei. Ja. Hat sich doch gelohnt, nochmal neu anzufangen. Yes. Das hat sich doch nochmal gelohnt, liebe Leute, ja. Haben wir wieder Gold. Zu einem zweiten Anlauf, aber wir haben Gold, ja. Dann machen wir weiter. Level 6. Einer ist gut, aber zwei sind besser. Ich komme. Und dann haben wir wieder dumb. Ich bin wirklich sicher, Ich bin ja.